Anna Felsen Reviewer Du bist bayerisch, ich salzburgerisch. Ich trage meine Gleitungs-Zoeik-Zoeik. Als ich Benjamin kenne, habe ich seit seit 15 Jahren von Bosnien gelassen. Sehr geehrte Redner, Schwerer und Zuseher. Mensch ist Mensch. Ich heiße Benjamin, bin 17 Jahre alt und komme aus Bosnien. Typisch für uns Bosnierer ist egal, wie winzig das Problem ist. Wir können nicht leise sein und zusehen. Wovon wir uns ernähren sind Cevapcici, Frühlingsdrohlen gefüllt mit Fleisch und Reis und das Joghurt darf nicht fehlen. Was für einen Bayer selbstverständlich ist, ist für uns ein Fremdwort. Es geht um das Wort Stress und wir müssen. Besser beim Arbeiten sind 1 Euro im Schatten als 2 in der Sonne. Wir sind wir, nur die Bayer. Ich heiße Benjamin, bin 17 Jahre alt und komme aus Bayern. Typisch für uns Bayer ist der Bierbauch. Denn wenn wir den FC Bayern anfeiern, darf ein Getränkehalter auf der Couch nicht fehlen. Wovon wir leben, ist die Weißwurst und das Weißbier. Denn im Bierzelt regieren wir. Macht jemand Probleme hier, jagen wir ihn weg wie ein Stier. Arbeiten gehört dazu und über Stunden werden gemacht. Denn nur so wird der Schnauzer gut gemacht. Was ich euch damit sagen möchte. Es kommt nicht darauf an, was man ist, womit man sich ernährt, wie man etwas löst. Wichtig ist, egal ob dick, dünn, schwarz, weiß, arm, reich, Mensch ist Mensch. Warum haben wir immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein? Warum müssen wir uns immer mit anderen vergleichen? Warum haben wir Angst davor, Entscheidungen zu treffen? Der Tag hat 24 Stunden. Das sind 1440 Minuten Zeit, um das Beste draus zu machen. Mein Name ist Benjamin. Ich bin 17 Jahre alt. Ich habe die Chance, selbst über mein Leben zu entscheiden. Denn wir, wir sind die Zukunft. Denn es kommt nicht darauf an, was man isst, womit man sich ernährt, wie man etwas löst. Wichtig ist, egal ob dick, dünn, schwarz, weiß, arm, reich, Mensch ist Mensch. Du bist Bayer, ich bin Bosnier, wir sind eins.